Hallo, mein Name ist Jens Altmann. Als Softwareentwickler und Referenz beschäftige ich mich seit mehr als zehn Jahren mit den Themen Online-Marketing sowie der technischen Analyse und Optimierung von Internetseiten. In diesem Videotraining erkläre ich Ihnen, was eine SEO-Siteklinik ist und wie Sie mit ihr Ihre Webseite weiter verbessern können. Die Videos richten sich dabei an Webmaster, die bereits Erfahrungen mit der Suchmaschinenoptimierung gesammelt haben und anhand praktischer Beispiele herausfinden möchten, wie man im Rahmen einer Siteklinik bei der Analyse einer Webseite vorgeht und worauf man besonders achten sollte. Zu Beginn werden Sie lernen, was eine SEO-Siteklinik eigentlich ist und wieso sie eine effiziente Methode darstellt, um Ihre Webseite weiter zu optimieren. Nach diesem theoretischen Teil werde ich anhand realer Internetseiten zeigen, wie man auch unbekannte Websites prüfen kann. Die ausgewählten Sites stellen dabei einen Querschnitt aller gängigen Probleme und Anwendungsfälle dar, denen man während einer typischen SEO-Siteklinik begegnet. So ist jede SEO-Siteklinik individuell auf die Merkmale der einzelnen Websites zugeschnitten und betrachtet diese aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Begleiten Sie mich durch abwechslungsreiche Sitekliniks und lernen Sie, wie auch Sie in kurzer Zeit SEO-relevante Probleme von Internetseiten erfassen und beheben können. Kronimik Kronimik Kronimik